Hi, hier sind Tobi und Alex von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns den Unterschied von I und Esther im Spanischen genauer an. Hierfür sehen wir uns zunächst an, mit welchen Wortarten Esther zusammensteht und daraufhin mit welchen I. Grundsätzlich steht Esther immer mit etwas Bestimmten und I mit etwas Unbestimmten zusammen. So steht zunächst Esther mit einem bestimmten Artikel zusammen, diese siehst du nun. Des Weiteren steht es mit Personalpronomen zusammen. Ein Beispiel dafür ist, estamos en el restaurante, wir sind im Restaurant. Außerdem steht es mit Demonstrativpronomen zusammen, aquella montaña está muy lejos, der Berg ist sehr weit weg, oder mit einem Possessivpronomen, donde están vuestras Maletas, wo sind eure Koffer, beziehungsweise wo stehen eure Koffer. Außerdem steht Esther noch mit Eigennamen zusammen, wie bei folgendem Beispiel. Donde está Alberto? Wo ist Alberto? Und zu guter Letzt wird es noch bei geografischen Bezeichnungen wie Ort oder Flussnamen. Montevideo está in Uruguay. Montevideo liegt in Uruguay. Hingegen steht I zum einen mit unbestimmten Artikeln zusammen, diese siehst du nun. Und mit Indefinitpronomen. Es sind wenige Gäste in der Kneipe. Außerdem steht es noch mit Zahlen zusammen. Ein Beispiel dafür ist, Es gibt mehr als 400 Millionen Spanisch sprechende, und zu guter Letzt noch mit Substantiven ohne Bestimmung, wie bei folgendem Beispiel. Es sind keine Menschen auf der Straße, also abschließend kannst du dir merken, dass Esther mit bestimmten Nomen oder Pronomen zusammensteht und I mit unbestimmten. Das ist alles. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angesehen hast. Doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiter zu helfen, benötigen wir dein Feedback, was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür.